Das Apartments Astra liegt in Poretsch in Istrien. 43% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. 36 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,4 und 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.